Musik Seit Dienstag ist Helene Fischer, Herzbeben, für ihr XXL-Tour in Deutschland unterwegs. Dass es eine Tour der Superlative ist, macht sich auch bei den Bühnenoutfits bemerkbar. Siegen verschiedene Looks zeigt Fischer während ihrer 170-minütigen Show. D. Bild, Zeitung hat nie verraten, wie viel der teuerste davon kostet. HTTPS, www.instagram.com.de 9bdqrj, Takenbustifit Die Blogquote die Fabnutzer sehen das Bild hier. Trotz dessen ausgeklügelter Technik ist es der weiße Mantel, dem Fischerbein großen, atemlos. Finale trägt, der das meiste Budget verschlingt. Für die Tänzer und Artisten wurden insgesamt 120 Kostüme angefertigt. Fischer gehe es aber nicht darum, Shows anderer Künstler zu übertreffen, wie sie dem Stern in einem Interview erzählte, sondern immer nur darum, meinen Fans etwas Neues zu bieten. Die Blu-Ride zu Helene Fischers Konzert in Münchner Kesselhaus können Sie hier bestellen. Fischer Fischer Vielen Dank.